Verdammt, nach der Folge gehe ich aus Hotfit. Ooooooh! Hättest du das nicht eben machen können? Eigentlich hab ich schon mal gesagt. Dann solltest du es dreimal sagen lassen. Oh, das ist die neue Web, ja? Neu, 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 neu. Nein, ist der Alternate. Ja, okay. Ein, 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 ein. Logo hat Verbindungsprobleme. Ja, das hätt ich jetzt auch gesagt. Äh, please hold the line. The person you've called is in Berlin not available. Please hold the line. Äh, please hold the fresser. Nein. Ja, Leute, damit, äh, willkommen bei Rainbow, äh, äh... Hallo! Ich bin Batman. Ja, wir haben hier wieder so, so ne leichte private Runde, äh, mal gestartet und... Der beste Team gewinnt, äh, Kloppo mit elf. Wir wollen die neue Re-Map ziehen. Ich mag die Map nicht. Ich mag die Map nicht. Die Map ist voll geil. Ich mag meine Ellen nicht. Aber die hätten sie nicht Herford Basis nennen sollen, sondern Herford Basis 2 vielleicht. Mein Herd ist Fort Basis. Hey, wie so, wie so, mal Basis 2, what the fuck, warum? Das ist ne Remastered Herford Base. Die hätten sie komplett umgebaut. Aldi, vorher sah jetzt nicht gerade aus wie ne Herford Base. Ja, aber die, oder was? Wir müssen eine Bombe aufnehmen. Mehr als die, Alter. Oh, ich hab'n Fehler gemacht. Ja, aber jetzt mal ohne Witz und eins, die was hier noch gleich ist, sind die Außenwände, 4 Stück. Loll, die großen... Alter, halt! Du kennst auch die Strukturen. Hallo! Wow! Nein, das hat doch sein. Ich erkenne gar nichts. Oh, weg, 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 weg! Ah! Oh, da hat eine Bombe gefunden. Ey. Ey, ist gemein. 10 Sekunden mit Einsatz. Juhu! Oh, schade. Juhu! Juhu! Ich! Ich! Entschuldigung, Zecki! Alles gut! Das ist gut! Achtung, die Welke will rausputschen. Na, ich hab nur ne Kamera geschmissen. Äh? Loll, aber ich finde das cool, dass es so groß ist, weil es so schön aufgerüstet ist. Warum trotzdem ist? Ich dachte, die Welke will rauspitchen. Ey, ich hab ne Kamera geschmissen. Zwei Kamer. Oh, lol. Wie ne? Oh, lol. Oh, lol. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Entschärfer ist jetzt gesichert. Weil, den hast du direkt auf mich drauf fallen lassen. Ich hab ihn ausgekackt. Ich hab direkt unter dir gehangen und hab ihn aufgeschackt. Ich schau mir grad einfach mal die Ausmaße an. Wie ist die Kamera jetzt runtergefallen? Verarsche. Hey, was ne schöne Aussicht hier. Die Kamera ist auch... Hä? Alles gut. Okay. Man kann keine Kamera durch diesen Uhrenturm werfen. Die fällt da einfach durch. Durch den Uhren? Gut zu wissen. Durch den Uhren? Ey, da draußen steht... Auf der Südseite steht so ein komischer Clock Tower. Da hab ich versucht ne Kamera dran zu werfen, aber die ist einfach durchgefallen. Ähm. Die Schärfung einleiten. Jackie? Ja? Bitte einmal Boost. Was? Boost. Danke. Booster. Aber aufheben wäre besser gewesen. Ich lade nach! Oh, ich würde dich beobachten. Am Arsch! An deinem? Ja klar. Er ist hier am Verletzter. Ne, unter der Treppe ist einer. Einer. Oh, direkt am Fenster bei mir am Death Point. Wenn ich jetzt ehrlich bin, ich habe tatsächlich die Treppe übersehen. Aber ich habe ein schönes Kostüm, dann kannst du sagen was du willst. Ja, das war sexy. Adrenalinsschub unterwegs. Posch, posch, posch. Er sitzt rechts rum. Ich bin mir jetzt gerade. Nein, verbleibende Operator. Nein, danke. Ich weiß nicht, deine Aussagen. Auf die ganze Scheiß. Tür. Fake Calls sind da. Tür? Links? Welche? Nein, die ist nach rechts schon rüber gelaufen. Stimmt. Nein. Hinten rechts in der Ecke. Surprise! Surprise! Ah, genau. Surprise everybody! Surprise everybody! Everybody! Let's control five things! Du 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 du! Ich bin Batman! Ich bin Batman. 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 Oh, ich bin Batman! Schind. Dreh dich im Kreis. Äh, wer hat mich jetzt angeschossen? Ich. Ich. Hier ist die Position. Sorry. Sorry, nicht sorry. Fatsch für mich. Fatsch! Sorry. Ah, scheiße. also er er oder 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 steckt ich hab's nicht mitgekriegt was denn oh nice ich hab's nicht mitgekriegt was denn ah aber das ist auch sau leise das bekommt man sau schlecht ja oh nice gemacht du hast hofer das ist hier noch verbleibend ach du hast den neuen operator durch den lochmeck das ist ja sowas von grös also bin ich grad echt find ich gut auch die mp ist die schlechte lieber muss ich sagen ja schlecht ist es nicht aber äh fräser dem im moment geht das schon wieder los geht noch mal rein ich hab's nicht mal hergefunden komm geht rein wo mein saalzug du hast den entschärfer fallen gelassen du hast den entschärfer fallen gelassen entschärfer wurde erneut gesichert entschärfer wurde erneut gesichert der ist denn drin das ist eine lüge der will er raus ok wow nice das ist hart du go rabbit go rabbit go rabbit oh fuck oh fuck jawohl jawohl hilf ihm das hat nicht richtig scheiße von hinten ohne visier ohne alles einfach gut ja und seitens op warte ich muss da meine drohne rein Da kenn ich nämlich einen tollen Wohnspot. Was? Ja nicht? Es bleiben fünf Sekunden. Verarschen. Nein, ich will sich doch nicht verarschen, Marvin. Naja, das ist irgendein besser Gegenteil. Ja, ich weiß, dass ich fett bin, aber du brauchst mich beleidigen. Hast du grad schon den Job reinforced? Nein. Hast du nicht gesehen, wo ich hingesprungen bin? Ne, hab ich auch nicht. Warte, soll ich, komm, dreh dich um. Ist es jetzt? Na, hör. Das sieht aus, was ich nicht gesehen habe. Echt nice. Richtig gut. Oh Leute. Gefällt mir. Oh oh. Du hast ja in die Füße. Wenn es geht darum nicht drauf gehen. Oh. Obwohl, ist eh egal. Wir werden wahrscheinlich jede Runde gewinnen, weil wir alle Leute töten oder sie töten uns. Raune Möglichkeit. Gift platziert. Schau, wo ist er? Direkt in der Tür. Ey, das ist jetzt mies. Ja. Wieso meine Makros funktionieren? Scheiße. Oh, geil. Ist klar. Echt, hast du mir nur einen Schloss mit der Pistole gegeben, Kloppo? Fuck. Fuck. Gut. Gut. Ich habe mich so daung geschossen und dann einmal mit der Pistole gefinished. Ah, okay. Ich behalte die Lage vor. Jetzt kommt der hier mit den Goumine angeschossen. Angeschissen. Ah, der hat auch eine Treppe. Das ist jetzt doof. Ich lade nach. Ich schreck mich jedes Mal mit diesem Scheiß-Goumine. nach ich bin so schrecklich ja ich weiß ich habe schon gesehen aber ich habe es nicht geschafft da ist kalt wieder zugemacht besser ist das auch 15 aber erst mal gucken wie ich da lieb ne also da mit dem aim müssen wir lernen ich finde das irgendwie immer irritierend wenn du hast ich sage ich habe ein gedanke hat eine bombe gefunden oder alle micky groß michael jacks ich habe jetzt gesichert wobei ich will werden scheiß diffuser mann alle weil du der vertrauenswürdigste von uns bist hallo wurde erneut gesichert muss zurückgeholt werden hallo hallo 2 kapkan ist offen kapkan wie komme ich hier wieder raus warte mal das wirkst aber wie auf die durch die voller du hast nichts gesehen ne aber es war klar dass du da piekst deswegen Guck dir den Spot an, Bärst, ich kann sich voll geil hinter... Echt jetzt? Ich wollte mich grad verstecken. Jaja, Marvin, Aimbot ist da. Das Optikshank war einfach so fett, ich hab ihn genau nicht gesehen. Schön weggeflexed, Jackie. Die zwei anderen sind auch los. Jackie, tu's nicht. Was? Nice! Danke, David. Ich hab mich so zusammenreißen müssen, nicht zusammenregen. Was tu's nicht? Darunter gehen. So erschrocken, da ist erstmal das Headset-Kabel flöten gegangen. Der Kill war aber auch echt mega. Ja. Ich hab nur hinter dir dieses Abwehr-Ding da gesehen, wo blinkt das. Ich denke, was legt sich denn da hin? Schieß da einfach mal drauf. Ja. Hat geklappt, David. Hey, David, positive Stats. Glückwunsch. Ja, Leute. Das war's dann für heute. Bis zur nächsten Runde. War ne coole Runde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.